Holz brauchst du noch. Ich mach's noch ein. Du brauchst Leder und du brauchst Holz. Holz? Holz, ich bin daneben, gucke. Ich mach's in die Kiste, neben der Tür unten. Okay, ich hab sieben Holz. Sieben Holz und sieben Leder. Jetzt guck mal, ob du dir eine Hose bauen kannst. Nee, ach nee. Brauchst du? Ja, ich hab's noch reingelegt. Okay, eine Hose. Okay, er hat noch zwei reingelegt, siehste. In meiner Truhe waren auch noch viel Leder. So, ich baue jetzt gerade mal ein bisschen Erde hier oben ab und mach mal ein kleines bisschen Terraform. Was hast du denn? Oh, in der Tür steht ein Monster. Ach, du musst in der Slinge, naja, dann schieße ich wieder meine 4. Wo sind wir hier für Pfeile hin, oder? Ich schieße auch wieder von beiden. Das ist cool. Oh, es kommt auf mich. 4 Pfeile reichen tatsächlich aus, um den... 3 hätten so gereicht. Ich bin cool. Ich sperre, aber wir werden noch ein paar Spiele haben. Wir können dich gerne... Spiele haben wir, ich baue noch welche. Ja, das machst du gleich hinten. Ich baue Bäume ab. Gut, nice. So, jetzt habe ich erst mal... Hier ist ein Fluss, den machen wir das mal so. Ey, ich bin auf dem Baum. Den lassen wir mal so, ja. Und jetzt haben wir ein bisschen Licht, mal ein bisschen Licht ans Haus. Machen wir ein bisschen hier. Wie sagen das immer alle? Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad. So, warte, warte. So, warte, warte. Warte mal hier, die Katzen da wegnehmen. Oh, da läuft ein... Oh, da hat ein Schild! Da läuft doch ein Schild rum da unten. Das sieht aus, guck mal. Ja. Das hatte ich auch schon mal. Das hatte ich auch schon mal. Das ist ein Riepe-Ei. Ach, hör auf, das ist ein Ei. Dann renn einfach weg. Bombenei. Aber... Wenn man im Wasser nichts tue. Ist der schon weg? Ich habe ein Blatt gemacht. Hier liegt der... Hier ist der schon weg? Ich habe eine Kohle von dem aufgehoben. Na, ich habe den mit einem Pfeil erschossen, vom Weiten. Na, darfst du? Grüß Gott, ey. Oder wie sagt man das? Ach, man ist ein bisschen... Wir sind ja Bauern gefangen. Ja, wir bauen den Baum ganz ab. So hässlich aus sonst. Ja. Und ich mache einen Erdstreifen um unser Haus herum, damit man besser rein kann. Und bauen wir noch ein bisschen Erde ab hier. Versuche mal hier rund um unser Haus herum, das alles ein bisschen aufzuhutschen, wo letztens das Creeper-Ei alles in Luft gesprengt hat. Wäre gespannt, ob das heute mal läuft, ey. Also wenn jetzt wieder die Aufnahme abreißt und alles nicht funktioniert, dann habe ich die nächste Woche keine Videos. Das ist schon der, alles ist nicht, achte Versuche, da hast du Videos aufgezeichnet für nächste Woche. So. Ja, ja. Das ist schon der 15. Versuch. Aber das ist nicht so schön, da war ich eben noch ein bisschen nebenbei abends lacht ihr und auch so. So, das geht mal auf. Geht auch ein Fuchs auf ein Baum. 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 Geht auch ein Fuchs fest? Fuchs, Fuchs, Fuchs? Fuchs, Fuchs. Fuchs, Fuchs. Fuchs, Fuchs. Da ist ein Fuchs im Baum eingeglenmt. Geht auch ein Fuchs. Geht auch ein Fuchs, wo ich eine Spinne bekämpft haben soll. Damit kannst du ja einen Bogen bauen. Echt? Echt einen Bogen bauen mit dem Spinnen fahren? Ja. Also ich würde sagen, wir waren ja bei dem Spiel überhaupt noch nicht weit bisher, oder? Ne. Wir könnten jetzt langsam mal tatsächlich einen gewissen Rhythmus reinkriegen. Läuft das denn bei euch? Ich habe ja nur auf dem Laptop gestartet. Läuft das denn ruckelfrei, oder leckt das ja? Aua! Ne, es bleibt ruckelfrei bei mir. Ich greife mich dem Wolf auch noch an. Okay. Ich bin auf dem Baum. Hochgekleid, oder wie bist du hochgekommen? Ne, ich habe mich irgendwie festgebackt da. Festgebackt, ne, das ist ja geil. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie sowas geht, wie Self-Krill oder was, damit man, wenn man irgendwo festgebackt ist, wieder zum Spawnpunkt kommt. Bei Verwohren habe ich noch nicht erlebt, dass das hier geht. Apropos. Dann kannst du mir mal erklären, warum du den ja... Du hast mir die... Ich stelle gerade fest, dass wir... Wir haben einen Hungerbalken, aber ich halte schon mal jemand Hunger gehabt. Ne. Wie kommt das? Was muss man machen, um Hunger zu kriegen? Ja, halt ganz viel. Ich habe eben noch ein Leder. Du hast noch ein Leder? Mhm. Dann machst du in die Kiste am besten im Haus. Natürlich. Natürlich. Ich habe jetzt 44 Holz. 44 Holz, das ist gut. Ja, das kommt voran. Das ist nice to know. Alles klar. Und ich mache hier gerade alle Löcher zu vor dem Haus. Was, du wirst gleich 18? Das dauert noch ein paar Jahre, bis du 18 wirst. Nee. Oh. Ich habe gleich 18 Holz. Ach, 18 Holz? So ist mein Vater immer. Was erzählst du da? Ja, stimmt doch. So, jetzt brauchen wir einen Ofen. Das heißt, Steine kann ich einen Ofen bauen. Ich gucke mal eben schnell. Synthesis. Ich habe schon einen Ofen. Du hast schon einen Ofen. Du hast schon einen Ofen. Du hast schon einen Ofen. Wie geht's? Ja, Schmelzofen brauche ich. In meine Höle, da sind zwei Ofen. Okay. Ich habe jetzt hier auch. Ich habe eine Ofen. Gibt es einen Unterschied zwischen Schmelzofen und normalem Ofen? Das hier ist doch ganz normal alles klar. Kann man hier vielleicht gucken? Put-in-Items. Das kann man ja mal schauen. Kohle will ich haben. Dann nehmen wir mal ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Holz irgendwo rum? Mir hat die alle nur die Bäume so zur Hälfte abgefällt. Furchtbar ist das. Ekelhaft, hä? Ja. Kriegen gleich ein Bann, die ganzen Leute, die hier bloß Bäume so halb abbauen. Ich habe schon mal hier oben ein Billig Holz gemacht. So habe ich jetzt noch eine zweite Werkbank. Wo habe ich sie in die? Ach so, die habe ich vorhin eingesammelt da draußen. Stimmt. Die lag da so rum. Das fällt mir vielleicht ein, was ich mir da Fackeln vorhatte. Ich wollte ja Fackeln platzieren. Ich kann immer wieder in die Wand hier. Ich wollte ja hier oben an der Ecke. So. Das sieht auch schon mal hübsch aus. Das sehe ich am Haus. Könnt ihr mir mal erklären, warum da drin Kissen sind? Wo sind die nur leer sind? Na, weil du hast noch eine Stein gepackt. Das sind deine Kissen. Mach rein da, das Volk. Nee. Da sind nicht meine Kissen. Da sind nicht meine Höhle. So, was auch. Hier sind noch Bäume. Ich mache noch auch eine. Ich helfe mal mit die Bäume ein bisschen abzufällen. Hat jemand von euch rausgefunden wie man ein Setzling gesetzt? Ja. Wie geht das? Muss ich dafür das Gras weghaken vorher? Oder wie geht das? Ja, du musst die... Äh, ne, keine Ahnung. Weiß gar nicht. Ich habe letztens versucht. Ich kann die auch machen. Ich kann die auch machen. Da müsst ihr erstmal die Erde bearbeiten. Aber mit was? Wie? Ich gucke mal, ob hier ein Setzling rauskommt. Ja. Ja, erstmal hier hochhüpfen. Oh. Wenn ich die Erde bearbeite und dann was... Kann ich da nichts draufpflanzen? Nee, also ich hätte es auch schon versucht letztens. Ich kriege das hier auch nicht hin. Das muss doch einen Trick dafür geben. Hey, das ist mein Vater. Du kriegst das auch nicht abgebaut, ey. Hey, der baut ja doch mal eine Treppe. Ja, ja, ich sprüge mal. Warte auf, oder? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Du musst dich ankündigen mit Namen. Du musst... Der Code... Dominik! Ah, ich glaube, war gestern auch schon dabei. Dominik, funktioniert das übrigens, was ich erwähnt habe. Heute geht das. Okay. Aber ob das dann nachher eine vernünftige Aufnahme wird und du morgen im Video zu sehen bist, oder nächste Woche, das kann ich immer noch nicht versprechen. Okay, warte ich vielleicht kurz. So, ich habe noch mehr. Ich höre uns hier in O2. Ich hoffe mal, ihr macht doch auch bestimmt alle viele Werbung für mich. Sagt euren ganzen Klassenkameraden, dass ihr hier in den Videos gespielt. Natürlich. Mein Biggest Tuber Deutschlands, Alter. Ja, super. Ey, jetzt habe ich die Schaufel weg auch noch. Ich habe noch eine Schaufel. Kannst du den Dreck unter mir wegbauen hier? Welchen Dreck? Der unten, wo ich drauf stehe. Ich kriege den jetzt von der Hand. Guck mal. Wo bist du jetzt? Ja, so ist das gut. Danke für die Hilfe. Bitte. So. Hier bist du. Jetzt gehe ich erstmal eine neue Steinspezial, äh Steinachs bauen. Wir müssen mal die ganzen Bäume hier wegfällen. Ja, bitte. Also, ich habe noch ein Setzling. Wie geht das mit dem Setzling? Ich kann also hier nicht, warte mal. Hier steht was. Wenn ich auf Höhe gehe, try to dig the soil with a stone or more advanced shovel and planted in the hole. Du musst mit einer Schaufel den Dreck wegbauen und in das Loch musst du den Setzling setzen. Aber ehrlich mal, das geht doch nicht. Ah. Hier dann raus. Versuche ich mal. Mit einer Steinschaufel oder mehr? Warte. Warte. Ich brauche eine Steinschaufel. Mir ist wurscht. Erstmal mache ich Bretter. Hä? Oder mache ich ein paar Sticks. Bring doch nix. Kann mir auch noch jemand eine Steinschaufel bauen? Meine ist schon fast wieder kaputt. Warte. Steine haben wir. Ich brauche nur noch Steine. Equipment, Konstruktion, Schaufel, Wursti, 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 Wursti. Ja. Vier Stück. Ich baue. Ich habe vier Stück gebaut. Man kann ja auch Bohrer bauen, habe ich gerade gesehen. Ja, kann man. Wie ist die Uhr eigentlich? Ja, kann man. 18, 77, 87, 2. Kannst du gleich das Fabrik abspeichern. 18, 77... Ah, ich hör doch nicht, Aua. Ja. Ja, so ist es wieder ausgerutscht. Also der Kopfhörer. So, was auf. Ähm. Hat jetzt jemand eine Schaufel für mich? Warte, wo bist du? Ich stehe vor dem Haus. Ja, hier bist du. Komm her an. 18, 77 weiter. 8, 7, 2. Ich hab gleich mal zwei für dich. Guck hier. Ja, danke. So, jetzt muss man. Pass auf. Jetzt muss man angeblich mit einer Steinschaufel. Müsste man jetzt. Was hab ich denn hier? Weed. Ich hab Weizensamen. Das ist gut. Kann ich die haben, dann kann ich was anbauen. Ah, hier geht's nicht. Ich hab jetzt noch ein Gramm und da geht nichts. Ich verstehe das. Ja, hab ich schon versucht. Wie geht alles mit dem Samen mit dem Settling? Ach so, warte. Ach so, warte. Ach so, warte. Ach so, warte. Ach, das ist alt. Du Schormor. Kannst du mir bitte die Samen geben? Ja, geb ich dir. In das Loch sollst du pflanzen gehen. Warte, wo sind die? Warte, Backpack. Hier, ich schmeiße jetzt mal vor meine Füße, oder wo die jetzt einsammelt. Hast du die an? Ja, hab ich. Wieso, wie setzt man denn jetzt in, wie setzt man denn das? Ich verstehe das nicht. Hallo. Alles klar! und dann habe ich rechtsklick in den rasen oder die erde gesagt da entsteht ein loch ist das was gerade aus versehen so das heißt so macht man ein loch finden mein kraft dieses langweilige minecraft wo man einfach so setzen kann ist ja voll ich muss dann das video nennen autos setzt sapling oder so ähnlich aber was auch ich gehe mal hier hinten wo man diesen halb angefertigten baum an er ist nächstes mache ich mal ein feuerzeug oder so was und die bürger direkt abzubringen da oben noch so halb umhängen ja es wird schon nacht es ist gefährlich oder nacht ja ich kann nicht sagen ja du bist ein bisschen leise ich habe es noch nicht lauter gestellt aber ich kann hier 18 7 7 8 7 2 und dann geht es richtig voran will sage ich mal aber zehn minuten machen noch dann ist erst mal für heute pause betten haben wir noch nicht nähe stein für mich für eine schaufel stein müsstest du hier im holzhaus finden direkt in der schachtel neben dem ersten spornpunkt da da findest du stein ich such grad mal guck mal gibt es ja ein fischnet da brauchen wir eisen führer ich habe jetzt samen angepflanzt okay sehr gut hier gibt es einen power generator was macht man denn damit ach du dick ist ein rollercoasterwagen das ist wahrscheinlich wenn du aus schienen rumfährt haben wir hier noch so alles für euch mal kurz was haben wir hier noch eine laterne gibt es hier einen schwarzen das ist das black fireplace kann man früchte kochen oder sowas wir können auch items schmelzen eine lotus laterne aus nur papier und dann irgendwie noch einen floristischen stein hübsches ding hier das sind so die lampen was ist denn hier noch betten das alles gar nicht angezeigt ich weiß nicht warum bei mir das angezeigt wird keine ahnung aber ich kann mir nicht auf construction klicke das ist ein paar sachen ist natürlich auch ein luxuriöses bett aber ist das normale bett nicht kommen vielleicht bei common ist normale bett nicht eine hundepfeife ist hier sogar drin hat jemand von euch dornpote das ist so ein orangen kleines kleines steine drei drei orangen kleine steine heißen dornpote also so vom dass der dorn sagt meiner sonne auf ganz popular ist das sozusagen und damit kann man mit holz und dem kann man eine hundepfeife machen dann kann man vermutlich hunden gefehle erteilen doch und umgebracht haben denn die dornpote so ist da schon wieder denn die jüdunge ist das wäldsheik prü Marines lineup auf bla